Herzlich Willkommen zurück liebe Leute zu Let's Play Super Mario 3D Land Welt 4,5 geht's heute weiter und diese Dinger Also ihr müsst in dem Part hier ein bisschen reden und zwar über die neuen Nintendo Copyright Gesetze so nennen es einfach mal der Nintendo hat ja für YouTuber ein neues Gesetz rausgebracht also wie das mit den Richtlinien ist von Let's Player weil bis jetzt war es ja so dass es in den USA immer so ein Nintendo Partner Programm gab was die aber halt massiv eingeschränkt hat Meiner Meinung nach da die in diesem Partner Programm halt Einfach kaum irgendwie Sachen machen dürften Also die durften halt zum Beispiel nicht Livestream und sowas was halt alles sehr Ach das geht so okay ist was dir ist Okay dann musst du direkt wieder aktivieren Ey das ist kompliziert wie soll man denn da hochgehen Ich glaube ich muss erst einen ich glaube es kapiert jetzt wie es geht Ey das ist so kompliziert hier Also jedenfalls hat Nintendo dieses Partner Programm in den USA Verabsehlet Hier sind alle gab's da kein richtiges Und habe jetzt gesagt ja jeder der Nintendo Content verbreitet darf es Also jeder halt der Videos hochwert und so weiter das ist alles erlaubt Ihr dürft die Videos monetarisieren Solange ihr halt ein paar Bedingungen eingeht und diese Bedingungen Das heißt äh Yay Und diese Bedingungen waren halt unter anderem Dass zum Beispiel die Videos die man hochlehrt eben ähm Zum Beispiel einem selbst die Reste daran einem selbst gehören Ich glaube das schaffen wir nicht mehr Jetzt brauchen wir die Dinger Ah ok das war dumm Also wir schaffen es doch wir haben genug Zeit dahin zu gehen Hm Ok jetzt packen wir es Auf jeden Fall gehören einer halt selbst diese Reste daran Ähm das heißt man kann die Videos monetarisieren Das heißt man darf Werbung halten und all sowas Und das ist sehr schön Weil man sonst früher immer eine Lizenz gebraucht hätte Das braucht man nicht mehr Das ist die Neuerung von diesem ähm Und das ist halt auch schön für kleinere Anfänger YouTuber die sich zum Beispiel keine teure Lizenz leisten könnten Und das freut mich jetzt auch ein bisschen Dass der Teller sozusagen zur Vernunft gekommen ist Und das eben einführt Ist sehr schön Und das eben du hast Info dazu das ist vor ein paar Tage haben Ich hab's in der Schule so weit gelesen Hab dann erstmal übelst abgefeiert in der Schule äh viel zu viel Nein was mach es denn Ich bin ja auch behindert Ich meine es ist ne tolle Sache Ähm Geh doch weg du Salzbiene Hä Hä Ach wer hat sie da irgendwie hoch gemusst oder was alles klar Das ist verwirrend Aber okay Aber okay So Ja und das freut mich auf jeden Fall mit dem Programm Ähm Weil es einfach einfacher ist YouTube Videos zu machen Also Die zu monetarisieren Was für einige sehr praktisch ist Ich von meinen Teil Ich monetarisier meine Videos eh nicht Ich das jetzt nicht fangsweise notwendig Aber Shit Klick da rauf Hätte das doch richtig verwirrt Ich glaub man hätte einfach auf so einen Blog springen müssen und darf nicht auf die Plattform Komm es jetzt drauf ich glaub es wäre es wirklich gek- Komm es noch mal Mann Erstens folgen das in letzter Zeit zu wenig aktive Videos kam es hat das Schulaufgaben 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 Ähm Bin mit dem ganzen Spaß Jetzt weitestgehend durch Deshalb jetzt wieder auch Inzwischen ein Uploadplan Da steht in der Kanal Info Da steht in der Kanal Info Jetzt haut es da einfach hin Gut So hier muss man glaub es alles erstmal hier hochfahren Oder auch nichts Ach das ist hier für diese Zeit Limits um die zu bekommen Für was jetzt die hier sind ich hab keine Ahnung Ähm Ach hier geht es weiter Dann weiß ich doch wo was die sind Ach hier hat es glaub ich doch eine Mittelfelge gegeben Na egal Was solls Man muss das alles verstehen Oh Bein nach oben gegangen So Also in den Fall ist das halt sehr schön weil da doch so jetzt ist die Zukunft von Ähm Let's plan sagt es mal halt quasi ähm Gut werden könnte wenn ein Artikel 13 der halt dann ist in die Quere kommt aber bis jetzt sieht es Ja relativ gut aus So jetzt kommt es dann der Endboss von der 5. Welt Von der 4. Welt Mit der Marksband So morgen kommt übrigens auch am Dienstag Dienstag Ne ihr seht das was ihr seht das Video seht ihr am Samstag Also am Dienstag Treffetagen Kommt auch ein Channel Update wo so Oh Gott das ist Na Wo ist ein paar Informationen Zu meinen Youtube Channel bekannt geben Müsste Werde Was ist denn da da hat der runter Nein Kommt hoch Ja ich bin hier halt unten gefangen Wie behindert ist denn das alter Wer soll da denn gehen Ja komm okay Ich hatte nicht mehr viel Leben Gott das ist sowieso erstmal So jetzt packen wir es War aber auch bisschen fies an der 1 Das muss man Das muss man schon sagen ne Ja ich weiß das mit Y drücken muss man so rennen Aber ich kann nicht immer an allen Gelegenheiten mit rennen Ist aber immer ein Dank fürs Alter mein lieber So Weiter geht's Ja ne Ähm Aus dem Fall bringst du dein Video mal bisschen über die Zukunft so Was ich mir gedacht hab an 2016 und 2017 Was es denn noch an Projekten gibt Die ich da noch so in petto habe Die ich noch Geplant habe Und so allgemeines bla bla Diesbezüglich Weil es wird christlich Ich meine es ist ne cooles halt Ich hab ne aktive Community Wir haben richtig richtig Geile games vor uns Auf das wird's Wir sein werden Und dann Jetzt müssen wir wieder hoch Das weißens wissen wir wenigstens so Als es richtig krumm ist Wo es hier richtig krumm ist Wo es hier richtig krumm ist Hoch und dann Runter geht Scheiße Ich hab doch A gedrückt Genau in dem Verdammten Moment Aber das ging das Weil ich da von dem Heiß Ding hier Behindert wurde Das ist doch richtig asozial Und hier hab ich es auch gedingst Aber es hält natürlich Wieder nis Wieso fall ich da jetzt runter Es blickt das nis Aber Kopf hoch Gut Hä Was zum fuck ist das hier alter Hallo Ich will hier raus Was ist das Woher kommt dieser krummeste Lebendige Block Hä Das heißt Der ist nis Ich hab hier auch A gedrückt Sag was ist das denn Das für ein Trick Weißt auf einmal kam da gerade so ein Richtig krummestein Lieber niger Block Von dem ich keine Ahnung hatte Was das überhaupt ist Und Noch so weiteren Bläh Was das fragt Och komm Und so war es dann einfach nur Das heiße hier Stamm ist alles Aber es gefühlt der letzte Moment an Dieses Als dieses Spielt Sorry Wo ist das Nis Komm David Das drängt es mal an Dann packst es Ich bin ein bisschen Die Fünfte Welt Da mal eine Motivation Weil ich will das hier Bis Ende des Jahres los haben Ist auch zeitlich Es ist was Da muss ich erst aufpassen Wenn man sonst so richtig behindert Ähm Da irgendwie fällt Oh 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 Gut Aber es ist jetzt schon die Erste Nur aus Erinnerung Ach 8 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 9 9 9 9 9 10 11 10 9 10 10 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 Also wird das jetzt eine relativ bald endende Geschichte sein hier, dieser Boss. Aber das ist lustig. Da sieht man mal wie OP er sonst gewesen ist, wenn er dauernd da auf einen drauf springt, dieses kleine Kind. Oh, sag bloß, da ist ein Werk. GG, der war halt erst easy. Lag vielleicht auch in der Art Okay, aber die Bossen sind halt eigentlich immer nie so fair. Moment, ich hab mich jetzt auch alle Münzen eingesammelt, so gehört es, dass. So. Und damit haben wir diese Welt erfolgreich beendet. Gut, gut. Gut. Duh, duh, duh. Ich habe Tickets in die nächste Welt. Oh mein Gott, Pete und paar von den Goombas. Das heißt nichts Gutes. Ei, ei, ei. Da müssen wir mal direkt hinterher und unsere heißgeliebte Prinzessin retten. Und mit der Welt 5.1 geht es im nächsten Path von Super Mario 3D Land weiter. Macht's gut liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020